Hallo und herzlich willkommen auf Slutty Zockt und deiner weiteren Runde Kreuzworträtsel. So, Anruf an Gott. Wir machen nicht lange rum, wir fangen die an. Gebet. Großes weibliches Räubtier. Beirischbein, Achse, Achtung, Ehre, Pferdesport, Weiten. War es richtig? Ah, Etage. Ist das Stockwerk. Entwerfen. Planen. Tropische Edelholzart. Tick. Leuchtkörper. Mehrzahl. Lampen. Aber das ist ja nicht richtig. Beständig. Macht nix. Beständig steht. Lateinisch für. Andi. Pro. Opernlid. Arie. Nö. Schnee. Schnee. Blume. Rose. Leergewicht. Katara. Verhältnis. Wort. Als. Oh. So. Antilopenort. E-Hern. 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 E-Hern Union. Fabelwesen. B. Fußballteam. 11. Jacke. Und Hose. ят. Abzug. Kampfsportstätten. Arenen. D Kushler. Ostındaki. G Depois. Maßstab, kleines Fest, Ete, großes weibliches Raub, Tier, Bärin, Bursche, Kerl, Verbannung ist Exil, Dekor, Männerkurzname, Stab, Wort, Teil, alte Bolzen, Nied, Blache, Gebiete, Ebenen, derzeit, nun, Theaterplatz, Loge, Trug, warte, was, Bretterhüte, Nervenzelle, Antilobenart, Gnu, Verhältniswort, auf, handeln, agieren, Trugrate, Trugrate, Bretterhütte, Misere, Nervenzelle, Neuronen, Körperorgan, Lunge, Dekor, Tier, Dekor, Tier, Dekor, Männerkurzname, Tonie, ist aber nicht nur Männerkurzname, Maßstab, Norm, Herztheit, Mut, Wortteil, Endung, Misere, Übel, Tja, die Brugrate ist ein Deku, weil die Bretterhütte eine Bude ist, Ha, zack, erledigt, nach acht Minuten auf der Zeit, äh, auf der Uhr, Tja, Achso, Lösungswort, wie immer, vergessen. Lösungswort ist, Rund wie, äh, und ja, ist Öre, Öre. Ja, einzig ein K, Zwei, ein A, drei, ein E, vier, ein N, fünf, sechs, sieben, K, uh, Känguru, so, irgendwie, ja, Ah, haben wir es erledigt, mit Lösungswort, mit Adem, Drum und Draht, Daumen hoch, eindeutig. Lass dein Abo da, wenn euch das gefallen hat, was ich hier fabriziere. Daumen hoch wäre nett, und ein Kommentar wäre lieb. Kommentare lese ich alle und kommentiere auch alle. Also, bis zum nächsten Video auf meinem Kanal. Bleibt wie ihr seid, kämpft gegen Corona, lasst euch nicht runterbekommen. Genießt euer Leben trotzdem und habt Spaß. So, was war es dann für heute? Sladi sagt, Tschüss. Also, Tschüssi, Korskir.